Mr. Ventura, das ist Hitu. Er ist Chef der Sicherheitskräfte aller Stämme dieser Provinz. Bitte! Nicht nötig, sich zu erheben. Im Augenblick haben wir keinerlei Hinweise, aber derlei Probleme hatten wir schon öfter in der Vergangenheit. Entschuldigung. Das ist Derek McCain. Er wurde letztes Jahr mehreren Mal in unserer Provinz gesehen. Mr. McCain verdient recht ansehnlich als Wilderer von bedrohten Tierarten. Hitu? Ah, diese beiden sind Australier. Der Kahlköpfige heißt McCaty. Der andere ist angeblich aufgewachsen bei Aborigines... 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 Sie nennen ihn Gadiel den Jäger. Beide sind bekannte Wilddiebe... ...und wurden in unserer Gegend gesehen. Mr. Ventura! Die Hochzeitszeremonie soll schon in vier Tagen stattfinden und ich will kein Blut vergießen in meiner Provinz. Wir zählen auf Sie! Die Hochzeitszeremonie solltet werden. Die Hochzeitszeremonie solltet werden. Der Kahl-Fahrzeitser-Möchner für den Kahl-Fahrzeitser-Möchner.